Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wochenprognose im Zeitraum von 16. Oktober 2017 bis 22. Oktober 2017 Es wird eine schöne Zeit für liebe Partnerschaft. Ein Entgegenkommen, eine Überraschung, ein Geschenk oder eine Versöhnung. Viele Menschen können damit rechnen, dass jemand meldet sich von Vergangenheit und das kommt zu einer Versöhnung. Was wir überprüfen sollen, das sind die Bekanntenkreise oder Freundeskreise. Da ist Unehrlichkeit möglich und wir sollen das genau betrachten. Wir sollen auch auf dem Geld achten und gut überlegen, was wir kaufen und auf welchem Preis wir was kaufen. Aber ein Buch könnte eine Bedeutung sein. Das bedeutet, wir finden ein wertvolles Buch in den kommenden Tagen und das sollen wir auch kaufen. Wir werden gute Ideen haben in der nächsten Zeit und es ist gut möglich, diese Ideen im Tat umzusetzen und es führt zum Erfolg. Wir sollen eine Aufgabe haben und davon überzeugt sein, dass wir das bewältigen und das führt auch zum Erfolg. Diese Prognose ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit, Ihren persönlichen Prognose zu buchen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Es muss aber nicht immer so ausführlich sein. Manchmal stehen wir vor einer Entscheidung und dann ist ein guter Rat natürlich Gold wert. Oder haben wir eine kurze Frage, was auch wichtig ist in unserem Leben, wie zum Beispiel kommt er zurück oder sehe ich in kommenden Tagen, bekomme ich diese Arbeit, werde ich gekündigt? Soll ich in dieser Wohnung bleiben, soll ich dieses Studium beginnen oder soll ich auf diese Reise zu gehen? Und diese Fragen zu stellen reicht aus, ein Blitzberatung. Wie funktioniert ein Blitzberatung? Das funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.com Sie können ausführlich Ihre Lebenssituation beschreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich werde diese E-Mails persönlich blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ich wiederhole nochmal diesen Satz. Ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen.